Von Goalistik gehittet. Braucht man Muskeln, wenn man Männermodel ist? Ja, nicht unbedingt. Wie viele Muskeln braucht man? Nicht viel, du kannst ein ganz normaler Schlag sein. Weil mein Oberarm ist so breit wie der unterste Teil vom Unterarm von Marco Frey. Okay. Verstehst du? Also guck mal so, wie findest du den Unterarm von mir? Nein, das ist genau, was Alisa braucht. Wirklich? Ja, ich sage dir, das ist eine liebe Geschichte zu Alisa. Was würde sie machen mit meinem Unterarm? Ich glaube, sie wäre unmächtig. Wirklich? Total. Warum genau? Alisa ist heiß, guck mal, sie ist heiß. Meinst du, nur von meinem Unterarm? Ja, nur dein Unterarm. Mach das nicht so. Warum nicht? In Kuba darfst du das nicht machen. Was heißt das jetzt schon wieder in Kuba? Ich sage dir nur tief falsch. Du reist nach Kuba. Ja, aber was heißt das denn schon wieder in Kuba? In Kuba, ja. Ich weiß nicht. Du hast so viele Bewegungen. Wo hast du das gelernt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich wollte einfach nur Alisa meinen Unterarm zeigen. Danke, sie kommt nicht aus Kuba. Ja, aber was heißt das denn in Kuba, diese Bewegung? Was heißt das? Das, was du wolltest mit deinem Partituell. Das heißt miteinander schlafen? Ungefähr. Das heißt miteinander schlafen? Ja. Also das hier heißt Stinkgemöse und das heißt miteinander schlafen in Kuba, ne? Das ist echt ein cooles Land, wo du herkommst, ne? Also man geht so durch die Straße und sagt, hey. Hey du. So. So. Ne? Und schon freuen sich alle, ne? Schon gern los. Cool. War das nicht ein wunderschöner Web-Clip, den ihr hier gerade gesehen habt? Ha? Ich habe so viel gelernt gerade, als ich das gesehen habe im Internet, diesen Clip. Der war echt schön. Lustig war auch. Ihr könnt hier nochmal euch den nächsten angucken. Und hier könnt ihr was ganz anderes, das ist was völlig anderes, das seht ihr aber auch wenn ihr da hinguckt. Und hier könnt ihr abonnieren. Und dann könnt ihr auch kommentieren. Aber wir löschen jeden bösen Kommentar.